Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Entdecken Sie jetzt den Aldi Sud Supermarkt Katalog. Vom 4. bis 9. März und verpassen Sie nicht diese Angebote. Wagner Steinofen Pizza oder Piccolinis 1,69 Euro. Hertha Finesse 1,29 Euro. Nescafé Gold 6,99 Euro. 750 Gramm Nutella 3,29 Euro. 600 Gramm Hähnchenunterkeulen 2,49 Euro. 500 Gramm Suppenfleisch 4,99 Euro. 600 Gramm Nackensteaks 3,99 Euro. 300 Gramm norwegisches Lachsfilet 4,99 Euro. Edelvollmilch Eier 1,45 Euro. Eierlikör Eier 1,11 Euro. Fondant Osterfiguren 99 Cent. Choco Minis 1,59 Euro. Osterhase 1,25 Euro. Osterbaumstamm 55 Cent. Gefüllte Eier 1,79 Euro. Gefüllte Vollmilchschokoladeneier 1,59 Euro. Doppelt gefüllte Eier 1,49 Euro. Medaillon Sitzhase 1,49 Euro. Gefüllte Weiße Mini Eier 1,29 Euro. Frühlingsgelee 69 Cent. Marzipan Eier 89 Cent. Choco Eier Ella Pudding 1,39 Euro. Choco Hasen am Stiel 1,11 Euro. Edelmarzipan Pasteten 79 Cent. Nougat Kreationen 1,59 Euro. Mini Osterhäschen 1,69 Euro. Trüffel Eier 1,25 Euro. Waffel Eier 1,35 Euro. Beleuchteter Kosmetikspiegel 14,99 Euro. Pullover oder Cardigan 6,99 Euro. Antirutsch Aufkleber für Badewanne und Dusche 3,99 Euro. Periodenslip 6,99 Euro. Novitess Handtücher oder Gästehandtücher 3,79 Euro. Lacura Bambus Haarbürste 2,99 Euro. Nivea Q10 Antifalten Gesichtspfle 9,99 Euro. Lacura Hydro Power Gesichtspflege 4,99 Euro. Wäschetrockner oder Fusselbälle 1,99 Euro. Schmutzradierschwemme 1,99 Euro. Filzgleiter oder Schutzpuffer Set 6,99 Euro. Ambeano Tragbarer Akku Handstaubsauger 14,99 Euro. Novitess 2 in Minus 1 Schlafdecke. Kissen 14,99 Euro. Bring mich mit Spiele 2,59 Euro. Kinderbuch mit Spiel- und Sammelfiguren 7,99 Euro. Blumenzwiebeln 1,99 Euro. Beetpflanzen, Bright Colors, 1,29 Euro. Saatgut 19 Cent. Event Strauss XXL 19,99 Euro. Premium Strauss 7,99 Euro. Home Creation Magnete 2,99 Euro. Joje Küchenhelfer 3,99 Euro. Ambiano Kontaktgrill 59,99 Euro. Kroftnen Alubus Kochtopf 14,99 Euro. Bellavi Kunststoff Estisch 59,99 Euro. Kunststoff Stapelstuhl 24,99 Euro. Niedriglehner Auflage 8,99 Euro. Freizeit und Sauna Liege 39,99 Euro. Emser Isolierkanne Samba 12,99 Euro. Kroften Profi Pfanne 19,99 Euro. Finish Tabs, Reiniger, Klarspüler oder Deo 3,49 Euro. Auflaufform Smart Cuisine Wavy 6,99 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Herzlichen Dank. 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 Herzlichen Dank.